Wo fliegt denn der hin? So, hey meine Fighter, ich habe hier gerade einen LKW gefunden und da würde ich mal sagen mache ich mal ein bisschen LKW-Karambular schon mal wieder. Jawoll, da fliegt doch schon mal direkt der Enger richtig schön weg. Ja, ja, ok. Jetzt kommen wir nur wieder LKWs. Und ich suche jetzt ein paar Fahrzeuge mal wieder. Weil der Typ wieder Fahrzeuge haben will und ich mal eben geschaut habe welche der will. Und der will ja diesen einen Geländewagen haben, aber natürlich fällt dieser Geländewagen jetzt hier nicht rum. Im Moment bin ich, ja, bin ich ein wenig genervt wegen dem Typen auch von vorhin. Und, ähm, ja, unter anderem auch ein bisschen wegen den KIs. Naja. 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 Der ist kaputt. Mal gucken, ob ich irgendwie jetzt nach Antakita und komme oder irgendwie da, ähm, zum Flughafen nochmal und auch sonst irgendwie. Mal gucken. Dass es wird erschief gehen können. Ich hätte den LKW reinkommen können. Die fahren nur wieder Mustang, äh, die fahren nur wieder diese Mustang-Karren rum und dann diese Limousine hier. Ja, der hat Glück ab der Remusine, ja, fährt noch. So, erreicht der aus. Er kann, könnte doch, ja, der kann doch fahren. Der eine, der ist ja mal kaputt. Das war ein Mustang. Er hatte wieder schnell ein Fahrzeug. Oh, da geht es auch mal schön gestaun da drüben. Gestreift. Ich bin gespannt. Lol, der ist kaputt, aber war das nur gestreift. Das ist doch übel, vorne die Stoßstange weg. Nicht schlecht. Lol, auf Stoßstange. Ohohoho, verflixt. Au. Da kommt dann Fado. Der rauscht doch noch fast hinten rein. Lol, der hat sich ein Fahrzeugkippt gehabt da hinten, lol. Ja, ja, sorry, noch mal eh. Rums, rums. Hoppla. Aus dem Weg, du Knilch. Aus dem Weg, da du Depp. Ja, okay, wir müssen uns mal ausgewichen. Na, wer weiß noch aus. Der ist zu lahm, oder? Wieso falle ich nur wieder schrauben? Oh, da war ein Ästen. Auf, zu jeder. Und das, der ja. Das gibt sich. Der ist auf der Seite und fährt weiter. Ah, Jeep. Noch blauer, dann Ästen. Jetzt kommen wir wieder Ästen. Jetzt kommen wir wieder Ästen. So, und diese Jeeps. Jetzt kommen wir wieder Ästen Mattens und Wranglers. Oder, äh, Ästen Matten, db7, glaube ich, ist das. Äh, da muss sie mehr davon. Ne, ist, ne, Quatsch, Ästen Matten. Und dann, äh, herrschte mal dieser Wrangler, lol. Das war mal ein krasser Abflug von dem Wrangler. Und, vielleicht geht er aus, ja. Oh, vorne, links sah das auch nicht kaputt aus. Oh, Stoßstange weg, beim Wrangler. Leute, Ästen Matten, kaputt. Duschiert. Äh, müsste man noch fahren, das war auch nicht duschiert, ja. Ästen Matten. Noch mal Ästen. Oh, das war knapp. Oh. Ästen gegen Wrangler. Der Ästen hat die Stoßschlange verloren. Irgendwie brauche ich mal mit neueren LKW, der hier ist schließen kaputt. Gut, dass ihr gerade ein LKW fährt. Ich wollt mich doch veralbern, Korps. Überleg's dir. Das ist ja jetzt ein Witz, da will ich kein Isker mal kopieren. Ja, Korps, du meinst ein LKW klau. Ach, Mann, ey. So, Ästen. Ach, verdammt, wir haben gefahren. Na, wer kommst, ey, der kommst da vorne. Ja, komm, na, ist klar. Ist klar, Bulle. Von wegen, Korps, von wegen, das glaub ich nicht, wenn der jetzt hier rüberkommt. Ich geh jetzt den zweiten Stern. Ja, genau. Genau, Korps. Jetzt bekämpfen wir schon den zweiten Stern. Ja, ist klar. Na, toll. Ja, kommst, hier findet ihr mich nicht, wenn ich mich hier verstecke. Ja, jetzt. Findet mich ja doch eh nicht, Korps. Großhautschne ab, da hinten war der Korps. Och, nö, jetzt Merz, jetzt kommt der ja zu. Ja, okay, puh. Jetzt sind die Korps weg. Mann. Ich muss mich irgendwie an der Zurück zur Autobahn. Und zum Highway oder auf We-Rail. Alter, ich bin auf den Stein gekracht. Lol. Ja, voll verzogen vorne. Voll kaputt. Eingewählt. Meine Güte, der kriegt doch mal da, der KI. So. Ja, nein, jetzt wäre da ein auf Motorrad gewesen. Das gibt's doch nicht. Na, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah, da steht ein auf Motorrad, da steht. Nein. Da waren so viele Cross-Bikes, gerade. Oh, wo fliegt denn der hin? Der hat Glück. Alter, krass im Rückwärtsgang. Puh, ich hab ja gesagt. Du Melkert, ich kann mal die wirklich wegraben. Oh, der Esten, hinten links. Das ist ein Mustang. Esten, 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 my turn. Ja, das ist ein Mustang. Das war ein Mustang. Ne, das war ein Esten. Ich hab's nur da. Wieso muss der auch bremsen? Jetzt wollte ich den nicht wegkicken. Ja, der bremst. Der Mustang hinten noch gegen. Oh, lol. Na, komm, weich aus. Yeah. Oh, die Delle in der linken Seite. Oh, Abschleppfahrzeuge. Ja, weicht, ja, weicht doch aus. Oh, da muss doch noch so. Ups, oh, da war ein Chevy. Da war ein Chevy, da war ein Chevy Volt wieder gewesen. Da ist der Zug schon wieder. Chevy Volt. So, wo ist der Chevy Volt? Der steht da hinten. Der steht da hinten. Ne, lol. Oh, der muss dann. Das war ein Jeep. Chevy Volt gedreht. Jawohl. Mustang. Ja, haha. Der Mustang kriegt noch hinten eine vom LKW, lol. Und Jeep. Ja, ein bisschen eingedellt. Kamerik, glaub ich, aber denk, ich hab mal hier noch nicht so hoch kaputt aus. Na. Also, die Freundin von dem Volt, ja, oh, oh. Städter jetzt mal gut, würde ich sagen. Das ist kaputt. No, ich hab noch in die Wand. Alter, ne. Ich meine, jetzt grenzen die hier, das gibt es auch nicht. Wie bitte. Ich hab schon da. No. Ja, oh mein Gott, vorne rechts kaputt. Und da geht sogar mal die Tür auf von der Seite bei dem Magen. Na, wer ist der nächste? Und der, ja, wo es war echt. Oh, das war ein Wrangler. Ja, da war jetzt ein kleines Heck, der Wrangler. Oho. Das ist jetzt schon wie Volt. Lol. Jetzt liegt er auf dem Dach. Jetzt liegt der Chevy genau da auf dem Dach. Genau da lag er da zwischen dem Dings. Zwischen den, ähm, äh, der Absperrung da. Und die Straße da war. Hat der Glück gehabt oder was er? Ja, der hat Glück gehabt. Ich hab schon da. Da komisch aus, wie er reingetrifftet ist. Chevy Volt. Und Chevy Volt kann man leichter wegnehmen als den Mustang. Und dann, oi, oi, oi. Ist hier ein Chevy Volt wieder? Ja. Uuuu. Also das sah schon aus, als er das verzogen, das Fahrzeug, der Chevy. Ein Mustang hat ein Chevy Volt und ein Wrangler. Der Wrangler. Und der, und der Mustang kann auch fahren. Der Wrangler. Ich hab schon mal fertig in die falsche Richtung. Chevy Volt. Oh, lol. Gut, geht's. Camero. Chevy Volt. Oh, ho, ho, ho. Fliegt der Chevy Volt da mal durch die Luft. Oder war Camero? Ein etwas älterer Camero. Ach, schade, das hat nicht funktioniert. Da bin ich erst kaputt. Und Camero. Und noch ein Camero. Der fährt sogar noch. LKW. Das war so ein LKW. Ah, die haben noch einen Krasse mit Ranglotsen, die LKWs. Die da. Der hat doch da in den Kasten auch gemütet. Oh, vorne links. Die Franz. Oh, jo, 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 jo. Vorne links. Da ist das gerade verstanden. Verzogen. Wrangler. Ja, Gott, da ist ein Schrottumschrauber gesporten. LKWs kommt schon. LOLL. Das steht da gut. LOLL, dass die ja nicht explodiert ist, wie so wieder der Lagenrauscht ist. Oh, vorne links, das Ding verloren. Boah, ist der weg, aber auch in den Boden. Ist der mal da auch wieder gekracht. Oh mein Gott, der Wrangler. Schade, das hat nicht funktioniert. Der Wrangler steht da sogar noch. Jetzt kann ich mal gucken, wie das Heck aussieht. Ja, das Heck. Eieiei, der ist immer schön verbogen, das Heck. Das ist immer schön davonzogen. Felix, das gibt's doch nicht. Der gibt Gas. Verdammt. Der gibt Gas. Ja. Einfach wie der jetzt Gas gibt. Oh, das war ein Skyline. Kamero. Schemi-Voltz. Das sah aber vorne rechts am Rad da nicht mehr so gut aus, beim Chevy. Oh, alter Kamero. Der fährt noch. Das gibt's nicht, der Kamero fährt noch. Der Merz, jetzt wollte er das Ding. Chevy. Aber die Wart mit dem Chevy. Ja. Da komm mal ich aus, so ist gut. Und... Oh, sorry, das war ein Skyline. Hoppala. Chevy-Voltz. Ey, wieso fand ich so viele Chevys rum? Ach, das ist ein LKW gut. Das ausgesehen hat. Ja, neul, jetzt hat der Kontakt kaputt. Mist, hat nicht funktioniert. Ich hole das Auto noch an. Ach mal, jetzt ist der LKW gleich da weg. Ja, das ist ein LKW in der Tankstelle. Vielleicht krieg ich den gerammt. Warte mal, ich versuch mal. Okay. Gut. Das ist ein LKW, wenn ich gar zu sterben. Puh. Ah, halt, da hat er was. Hat er da Geld da gelassen. Mal gucken. Ah, okay. So, prob ich mal. Was ist das bitte für ein Anhänger? Genau in die falsche Richtung ausgewichen. Upsi, Kai. Ah, noch gar nicht.